Schießen! Stirbt ihr Assis! Worauf hab ich auch geschossen? Weiß es nicht. Ich hab irgendwas abgeballert. Kämpfen! Wem bekämpfen? Was ist denn da? Ich seh's nicht! Was kommt da? Was ist das? Eine riesige Nase! Hilfe! Es ist eine riesige Nase! Ah! Ich schieß ihn! Ich schieß ihn ab! Ich schieß ihn ab! Okay! Stirb du scheiß Nase! Nase! Nicht die Nase abkneifen! Ich sag's doch nicht die Nase abkneifen! Rangie gewinnt gegen die Nase! Ah! Schon vorbei! Ist echt ne schöne Strecke! Ich mag das! Ich mag das echt gerne! Naja! Wo sind wir jetzt? Sind wir schon über Montbergen? Ja, wir sind angekommen! Heftig! Was macht sie jetzt? Sind los! Ja, warum nicht mehr? Sie wollen von Uwe abgeholt dort drüben! Ja! Ist klar! Macht so viel Sinn! Ich meine, so ein scheiß Uwe könnte auch nicht nirgendwo anders hingehen, ne? Aber er hat den Hut! Aber er hat den Hut! Sie hat nicht bezahlt! Echt scheiße, ey! So ein Kack aber auch! So viel dazu! Hätte ich das auch geschafft! Oh mein Gott, ey! Ja! Weiter geht's in unserer kleinen Runde mit Penny! Und Penny, weiß ich, ist so ne verrückte 8-Bit-Super-Cyber-Tussi! So ist die drauf! Die macht die ganze eigene Scheiße! Ja, ich sag's euch! Das ist so ne exklimitierfreudige Supersufti-Frau! Aber naja! Gut! Was soll's! Ah! Und sie hat ganz viele Herzen! Und viele Herzen sie hat! Na gut! Wieso schwabbelt der Schatten im Hintergrund? Die Erfindungsschlacht! Mal sehen! Jermann Academy! Wow! Da will sie unbedingt hingehen anscheinend mit ihrer tollen Scheißbrille! Jaja! Mal sehen, was sie damit machen kann! Nichts wahrscheinlich! Wie immer! Nein, sie macht die Tour! Ja, ist klar! Hätte ich auch gemacht! Und KfG, die bösartigen Superpartnern! Cryo gegen Crygore! Ne, Crygore gegen Crygore! Wettkampfsequenz einleiten! Wow! Aufgefasst! Großartig! Dann machen wir's mal! Was soll's! Puh! Das macht gar keinen Sinn! Wie Fernbedienung! Was ist das für die Musik? Versenken! Ich darf das! Achso! Ich musste das Licht richtig schalten! Jetzt wird das Spiel auch richtig schwer! Die Frittenfinger! Oh, da erinnere ich mich gar nicht mehr! Halte das hintere Ende leicht mit zwei Fingern, sodass der Formenstab nach vorn zeigt! Der Genuss einer einfachen Fritte ist oft die größte Inspiration überhaupt! Sieht sogar gelb aus! Also passt! Okay! Öffnen! Oh ja! Hula-Hula-Frau ist davor! Mann! Das hat mich gefreut! Was macht sie da überhaupt? Weiß ich nicht! Uh! Okay! Hey man! Hauen! Scheiß! Ich hab gesagt! Hauen! Wow! Wow! Hat der gerade den Nagel schon im Finger gehabt? Oh man! Der Stöße! Alter! Wie viele Formen gibt's denn? Halte den Forenstab mit deiner rechten aufrecht und setze ihn sanft auf der linken Handfläche! Hab ich doch du Arsch! Fabelhafte Aromen werden freigesetzt und machen den Geist frei für die nächste Herausforderung! Der Typ macht mich noch kirre! Na gut! Hier wollen wir eine Stöße machen! Gut! Was müssen wir machen? Den Typen hauen! Wow! Das war echt praktisch! So! Machen wir mal! Schneller wird's! Okay! Und schwappelt eigentlich immer alles so in Takt! Schwapp! Bill! Schwapp! Bill! Schwapp! Bill! Aufziehen! Hier! Hier! Ja! Ja! Wieso war er im Himmel? Ja! Das war ja ein interessanter Hintergrund der Stöße wie der! Mein Gott! Leute! Das darf man nicht zu doll machen! Sonst gehen sie sich auseinander! Na gut! Wir haben es noch rechtzeitig geschafft! Was ist das denn jetzt? Der Boxer! Oh Gott ey! Das wäre die scheiß Handel hier nicht genug! Hey! Wir müssen doch nicht! Ich trage den Sieg durch eine harte Rechte davon! Bam! Ach! Okay! Das geht ab! Schreddern! Geheim! 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 Gregg! Ich will alles verlichten! Oh nein! Wieso habe ich es nicht rechtzeitig geschafft? Okay! Was soll's! Das war zu geheim! Wahrscheinlich grecken wir nicht, dass wir geheimsachen! Oh! Huh! Oh Gott ey! Was soll ich noch alles machen? Diese Stöße mit einsammeln! Wow! Wird ich wirklich so ein Joystick halten? Ich weiß es nicht! Hab ich gerade mal selbst in der Kamera dabei! Überobachte ihn nochmal kurz! Das ist echt gruselig! Boxer! Ich hab gar nichts mitbekommen! Okay! Schrubben! Blöder Kuharsch! Ich hasse dich! Kuharsch! Okay! Kuharsch! Das war echt ein Kuharsch oder? Ich weiß es noch nicht! Ich hab's nicht ganz realisiert! Schließen! Ja gut! Muss ich auch mal zumachen! Oh! Toller Panda! Voll verarscht ey! Ist gar kein richtiger Panda! Frittenfinger! Oh Gott ey! Anspitzen! Oh! Das hat funktioniert! Puh! Mann war das mit einem spitzen Bleistift! Okay! Boxen! Werfen! Na ja! Lang da wo du bist! Ah! Geht doch! Oh Gott! Das ist echt schlimm ey! Mal! Das hat funktioniert ey! Mal krieg ich fast nie hin! Das ist für mich viel zu kompliziert ey! Ich meine diese Bewegung ist logisch! Aber naja! Ich bin ja Boxer! Was? Ein Feind! Oh nein! Abwehren! Ein Feind! Ah ja! Nein! Du kommst hier nicht lang! Ich hab das Superschwert! Nein! Nein! Ich bin stärker als du! Nein! Ich bin stärker! Nein! Ich bin stärker! Nein! Ich bin stärker! Assi! Nein! Haaa! Coole Pose machen! Sieht cool aus ne? Nee! Gut! Hätten wir das geschafft! Boah! Ich weiß wie viele Probleme ich bei Penny hatte ey! Als ich das nur erstmal noch gespielt hatte! Ich finde diese... Da können auch echt schwere Spiele bei dran kommen! Aber ich hatte jetzt zum Glück hatte ich viele einfache Spiele gehabt! Das gehen auch viele schwere! Ich hatte hier zwei! Schlimme hatte ich erwischt! Aber naja! Hab ich Glück gehabt! Puh! Ich hab mit Otze gesagt! Ja! Ich hab Otze gesagt, dass es wahrscheinlich 20 Folgen werden höchstens! Aber ich schätze mal, dass es doch weniger wird! Bin mir sogar schon relativ sicher! Ach naja! Gehen wir mal zu Nine Bolt! Warum nicht? Hör der doch hin! Brab! Okay! Anscheinend Spiele-Softies! Wollen wir uns mal angucken! Was da jetzt passiert! Nine Bolt in 80 Bolt! Ja! Eindeutig Spiele-Softies! Ja! Eindeutig Spiele-Softies! Ja! Eindeutig derbste Nerd! Okay! Die Mehrspielerübung! Puh! Mal gucken! Nine Bolt's Haus! Oh Gott! Was hat er denn da? Was ist denn das? Boah! Ist das ein DS9? Nein! Das ist ein Game & Watch! Boah! Alter! Richtig Oldschool! Boah! Alter! Er dreht voll durch! Er kann's gar nicht glauben! Lass mal sehen! Lass mal sehen! Nein! 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 Ich spiele noch! Und! Kaputt! Super! Piss! Die Geist Monos! Raus aus mein Haus! Heftig! Kann ich auch echt gut verstehen! Doppel Nerds! Doppel Sorties! Wegen alten Spielen! Oh Mann! Ich bin wieder voll traurig! Nicht traurig, dass ich es nicht finden kann! Ganz im Freund kaputt gemacht! Und was ist da los? Mal gucken! Mal sehen! Was die hier machen müssen! Wie siehst du hier sucht die da? Fang! Oh Gott! Auf einmal Endmark Brossing! Ups! Ähm! Ich glaub ich hab's verkackt oder? Okay! Eigentlich bin ich schon traurig! Was soll's! Okay! Jetzt wird's echt schwer hier! Sammle zwei! Ich kann noch mehr sammeln! Cool! Ja! Das war einer witzig! Mach ich einfach! Jetzt kommen diese ganzen suchtigen Dinger jetzt! Wenn er irgendwelche komischen 8 Bits spielt! Gib mir 5! Ja komm her Hund! Nintendogs! Ja! Ich bin glücklicher Hund! Oh mein Gott! Der ist jetzt echt so verrückt! Als nächstes! Der Frittenfinger! Er ist auch einer meiner Lieblingsstages! Muss ich sagen! Mal rollen! Pikmin Party! Sterb! Okay! Ah! Ist klar! Weiter geht's! Ja! Ist einer der geilsten und innovativsten Stages hier auch! Sehr geil gemacht! Okay! Nachahmen! Oh geschafft! So gerade eben! Einfach so 1000 Whee zeigen aus dem Nichts! Ja Hula Hula! Das kann nicht gut enden sowas! Fliegen! Mann! Das sieht so kacke aus! Ich fasse mich! Wieso muss ich dabei immer so doppelte Gesichter ziehen? Ich kann nicht alles! Okay! Landen! Ja! Der kennt die Stelle nicht! Ach geschafft! Puh! Alles klar! Okay! Nicht Minish Camping! Mit Waker! Keiner! Was soll ich jetzt auch machen? Ich hab's verpasst so ein bisschen! Ich mach einfach mal so! Ups! Ich wusste noch nicht mal welche Haltung ich haben musste! Scheiße! Ich krieg hier lange Probleme! Ich hab nur noch zwei Leben! Ja! Alles klar! Permitino! So! Dirigieren! Oh! So gerade noch geschafft! Was war denn das für Suchtis? Die Stange! Okay! Einsetzen! Ich will zocken! Pilotwings ist das, ne? Ja! Dreh voll durch! Alles dreht nur durch! Zeichner! Okay! Ich hab die völlig falsch! Verbinden! Oh ja! Kawashima! Super! Das ist echt furchtbar! Löschen! Nein! Wasser! Yeah! Man! Ich find's ja geil zum Feuer, wenn man in der Welt... Ich sie einfach alles aus dem Hut ziehen, ne? Und werfen! Oh! 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 Das war so wichtig, diese Aufgabe! Das musste ich unbedingt schaffen in dem Spiel, ne? Der Regenschirm! Zählen! Hier! Stirb! Jaaa! Du hast gewonnen! Kleiner Mike! Oh! 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 Das muss immer mein SV 2 sein! Oh! Oh! On! Die Extra Stage fand ich echt gut, wollte ich grad sagen! Die Extra Stage! Man! Der Boss Stage! Äh! Genau! Extra Stage! Jetzt freute ich mich so!